Man kann diesen inneren Konflikt auslagern und man kann sagen, ich muss mir den Kopf darüber sowieso nicht zerbrechen. Das haben die schlauesten, wie Söder sagen würde, die schlauesten und klügsten Köpfe der Welt, haben in der Klimakrise und bei Corona gesagt, wo es lang geht. Und man kann nur als böser Mensch und Sünder, als Sünder, dem widersprechen. Und diese Totalität, mit der man sagt, das ist der richtige Weg, das haben die Experten festgestellt und ansonsten, ab da kannst du aufhören zu denken, musst auch keinen großen Kopf mehr machen, haben andere für dich schon erledigt. Das sind sozusagen die großen Stellwerke für eine totalitäre Gesellschaft und für den Verlust der Freiheit.